Und damit herzlich willkommen hier zu Minecraft LPT, nein, ich mein natürlich bei TTT und mit dabei sind der Heiler. Hallo. Der, wo die Creeper vorher schon explodieren, Atta Boom. Ah, ja, lass mich mal bitte aus dem Knast hier raus. Bleddick, der Zombie-Schreck. Ich sehe nur Schwärze. Oh, ich hab die Kapuze an. Chris Gold, der nie Gold findet. Okay. Und ein Knight. Hallöchen. Sascha2376. Moin Moin. Und Jan Eisenfarmer. Tag. Und damit gebe ich die Runde frei, wenn jetzt einer auf mich schießt, erschütte ich ihn. Ja, und der Ansager heute ist der Sponty LP. Ob der Creeper explodiert? Und wir begrüßen als neuen Mitspieler auf jeden Fall erstmal den Sascha2376. von Because Gaming is Fun. Boah, sogar richtig. Ja. Vielen Dank. Freut mich dabei zu sein. Ja. Gut. Hat er Atta lange geübt. Recht. Nee, abgelesen. Ich hab extra seine Seite aufgemacht. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ist eröffnet, ne? Ja, ja. Alles klar. Ich bin... Ich bin... Für dich nicht. Fünf. Na, Knight ist die erste Runde. Oh, shit. Da war kein Leiter. Knight schießt auf mich. Ach, ich bin blau. Warte mal. Uhuhu. Don't drink a game. Knight hat auf dich geschossen, glaube ich. Okay, lass ich dich. Aber dann... Ach so. Ähm. Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ich hab keinen... Ich hab einen Ausgang. Ähm. 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 Was war? Ich wusste gerade nicht, was ich mitnehmen sollte. Ich weiß es jetzt, was ich mitgenommen habe. Also ich hab ein Päckchen dabei, sollte ich sterben. Okay, wir sind... Das selber hab ich auch dabei. Ich hab auch zwei, äh, Dingskirchen gibt. Das Rest in Peace, äh, Päckchen hab ich dabei. Was ist das denn für ein komisches Ding? Wir sind in einer Nähe, Herr Fährst, oben. Dass man nebenbei am Rande ist. Wer hier geschossen? Ach, da ist das Portal. Ja, da oben ist Jan. Kommen wir hier zu einer grünen Wiesel? Nee. Knight, Knight ist Traitor. Und ich hab eine Militierung mehr auf Spielstoff. Kripo, aus. Okay. Lass mich, Chris. Ich bin nur hier raus. Äh, ich auch. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Das ist... Ja. Ich hab ein DNA-Schenar, aber aufschlägt. Das ist merkwürdig. Das ist keine DNA. Oh. Weil ich es schon confirmt habe. Äh, 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 äh. Hä? Äh, äh, äh. Alter, ist das hier verwirrend. Aber das ist... Hast du die alle weggemacht, Heiler? Nein, wie gesagt, ich hab grad den DT gefunden, den DNA-Schenar für ihn angewendet, aber da war keine DNA. Ach so. Tut mir leid, ich kann doch nicht alle stimmen, den jeweiligen Spielern zuordnen. Also, alle, alle lieben Innos, ich kann euch sagen, da ich selber mich nicht mehr finde, werde mich auch kein Traitor finden. Dementsprechend haben wir jetzt schon gewonnen. Alles klar, gut zu wissen. Ähm. Oh, what the fuck. Also, ich werd mir nie mal... Das hat explodiert. Also, bin ich doch irgendwo bei Action. Nein. Nun wieder. Ja, das wurde schon zum dritten Mal gesagt, dass er es ist. Ich hab's kapiert. Nein. Nein. Aua. Oh Gott, schieß ich scheiße. Ähm. Naja. Gut, jetzt hätt ich mir nicht verraten sollen, aber egal. Wo ist denn der Letzte? Warte mal. Also, Bledding ist tot. Sascha kriegt... Nightward Traitor. Aber ja. Oh Gott, Sascha. Yo, was ist los? Ach, Sascha. Ja. Finde ich ganz interessant. Moment. Du bist aber neu bei uns und ich finde das irgendwie unfair, direkt eine Schrotladung dir ins Gesicht zu drücken. Das ist nicht so... Eigentlich bin ich immer so ein ganz freundlicher Typ. Okay. Naja, na... Ich höre keine Schritte, aber ich glaube, du verlierst auf Zeit. Ne, ne, das ist ja Blödsinn jetzt. Ne, ich glaub schon. Ne, ne. Warte mal. Äh. Ja. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen klar... Ja, eben, das denk ich mir auch die ganze Zeit. Ah, okay. Ne, jetzt weiß ich... Oh. Ach, verdammt. Was ist los? Er hat die Möglichkeit des Traitor-Shops genutzt. Ne, 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 ne. Das ist ja Blödsinn jetzt. Ah, ne, du bist ja kein Traitor. Entschuldigung. Richtig, richtig. Ja, und so, wenn wir grad mal so allein sind, erzähl doch mal was von dir, hm? Ja, was gibt's zu erzählen? Wie geht's den zwölf Kindern? What? Junge, ich bin mal grad 23. Fuck. Wie kommt man denn zu dir hin? Ja, da... Das fragst du mich? Wo ist der überhaupt? Ich weiß ja nicht mehr, was ich hergekommen bin. Äh, warte mal, warum red ich da jetzt noch jemand? Achso, äh, okay. Der ist... Ah. Wir müssen da jetzt hingekommen. Ah, da. Ich glaube. Ne. Von ne tolle Begrüßung. Na, nein, sind wir erschrocken? Also, ich mich auch, falls es einen interessiert. Ich war verwundert, dass auf einmal nicht Sascha da stand. Ey, ich renne seit drei Minuten im Kreis. Ich finde den fucking Weg nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich mich selber nicht finde und deswegen ich auf Zeit gewinne. Du wolltest mich gehören. Jetzt bin ich ja hier schon wieder. Ne, Moment. Schon wieder einfach falsch abgebogen. Ähm, Sascha, wollen wir uns nicht mal treffen? Ja, gerne. Ich würde gerne mit dir ausdiskutieren. Ja, 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 okay. Finde ich in Ordnung. Also, also, das finde ich jetzt echt so von dir. Dass du jetzt die ganze Zeit random vor mir abhaust. Watt. Fuck, ich glaube mein Radar ist abgelaufen. Ja, das ist schade. Ein bisschen. Ich hätte dir ein Radar gegönnt. Ja, das ist aber nett. Kann ich deins haben, wenn du es nicht mehr brauchst? Ja, klar, holst du ab. Ja, klar, ich komme zu dir. Warte. Bin bei den Gefängniszellen. Bin in zwei Minuten da. Ne, warte mal, das dauert mir zu lange. Achso, okay. Scheiße, was ist ich denn längst? Die Map ist super. Aber wenn sich diese Map ausgedacht hat, meinen besten Dank. Sehr irrefreundlich. Aber ganz kurz für den Loop, wie kommt man so einen etwas höheren Vorsprung hoch? Man kann sich irgendwie hochziehen, oder? Steuerung, Drücken und Springen. Steuerung und Springen. Ne, oh ne, warte mal, das war Shift. Wow, ich habe Neid wiedergefunden, toll. Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Oh, warte mal, mein Radar funktioniert doch noch. Ich weiß genau, wo du bist, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wo der fucking Weg ist, um da hinzukommen. Falls du übrigens nicht erwünscht ist, dass ich so häufig fucking und so ein Kram sage, müsste ich mir das wieder erzählen. Bei uns ist das gang und gäbe. Ähm, ähm... Basia. Ja. Hm? Ich habe keine Ahnung, wie. Und du hattest mir irgendwann mal gesagt, Mensch, ich mache Let's Plays und in einer Welt wie dieser. Warum? Weil ich damals, äh, vor geraumer Zeit, vor 20 Jahren, nein Quatsch, äh, vor gut zwei Jahren auf den Let's Play Kanal PietSmiet gestoßen bin, das mega geil fand und mir irgendwann mit einem guten Kumpel dachte, komm, lass doch auch mal hier was aufnehmen und hochladen. Vielleicht können wir ja ein paar Leuten eine Freude damit machen. Also, Dasha, hast du gesehen und gleich gedacht, komm, mach ich's besser. Besser, Freunde. Alter, ich kann, kann man diese Runde irgendwie aufgeben? Ich habe keinen Schmerz, wie ich zu dir hinkomme. Ich laufe hier echt seit vier Minuten im Bereich. So, ich versuche jetzt, ich versuche jetzt Verzweiflung. Ja, ganzen Mitspieler fassen sich hier bestimmt auch schon in den Kopf. Sascha, jetzt komm doch mal zu mir, verdammt. Es ist nicht mehr lustig. Dann schieß doch mal rum, vielleicht kann ich am Geräusch hören, wo du bist. Okay, jetzt. Söhrst du was? Nö, absolut nicht. Wow, da hat er gelohnt. Aha, das ist nett. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo das ist. Ach, du siehst du? Oh, die Konsole, ist das ein neuer Spiel, ey? Äh, warte mal. Ich habe so ein bisschen Zeitnote hier. Hast du Zeitnote? Äh, ganz minimal. Warte mal, du bist auf einer anderen Ecke, das ist jetzt aber ganz schlecht. Was für eine andere Ecke? Ich weiß nicht mehr, wo hier Ecken sind. Nein, bleib mal stehen. Ich würde gerne eine Ecke finden. Och, Mann. Und direkt hinter dir läuft Sponti weg. Oh, nein. Oh, nein. Sorry, dass ich die Konsole mal benutzt habe, aber das musste einfach sein. Du guckst zweimal auf das Portal und guckst es an, drehst dich um und gehst weiter. Du bist so oft am Portal vorbeigerannt und ich denke mir so, geh rein, geh rein. Ja. Also, Sponti, Respekt. Das war gewollt. Aber ich wusste immer, Sponti war immer schon gut, da kann er. Zeithaushalt, Zeitmanagement. Alter, ich habe DT-Pass. Ja. Ich hätte gerne einen DT-Pass. Ich war besser als Eno-Pass. Also, Sponti, vor allem, das Lustige ist, ja, wir sagen beide, wir haben ein Defi gekauft und ein Healpack. Keiner macht was. Hila hat 100% einen von mir aufgehoben. 100%! Nein, DNA-Scan hat dich aufgehoben. Ja, aber du bist garantiert auch über den Defi gelaufen. Ich fand's lustig, dass keiner drauf reagiert hat, dass Nye Traitor ist. Beim ersten Mal habe ich das schon gehört, wo Bleddick gesagt hat, er hat auf mich geschossen. Ja, aber da hat er noch daneben geschossen. Da hat er nur so Fakten gemacht. Und dann wurde er nochmal gerufen und dann wurde er nochmal gerufen. Beim dritten Mal war ich mir echt sicher. Nein, warst du es eigentlich, der mich dann letztendlich auch wirklich umgelegt hat? Ich habe drei oder vier Mal umgelegt. Ich glaube, ich habe nicht alles umgelegt. Wie kommt man eigentlich zu dem Portal? Das möchtest du nicht wissen, glaub mir. Du möchtest da nicht rein, glaub mir. Beim Portal, man muss einmal wieder gegenlaufen, nochmal durchlaufen, erstmal wieder bei den anderen. Nee, ich meine, da ist jetzt ein Gitter vor. Geht das irgendwann nach einer Zeit auch? Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Und Sascha... Hätte ja ne geilere Waffe. Ja, ich bin wieder weg. Weil bei 99% der Minecraft-Maps musst du Duckjumpen. Sprich, beim Sprengen die Steuer und das drücken. Und die Richtung gleichzeitig. Okay. Ich weiß nicht, wie man das hier wegkriegt. Ich glaube, nur von innen. Waren die? Ja, aber du musst auch erstmal da reinkommen. Ja, hast du nur die Gitter weggemacht für das Hellen-Portal? Ja, wann geht der? Ich bin da einfach reingelaufen. Okay. Ja, irgendwann ist es weg. Wahrscheinlich nach einer Zeit. Immer noch nicht. Oder irgendwo ist ein Knopf, den einer immer aus Versehen drückt. Ja, hier ist ein Knopf, den man drücken kann. Hast du doch nicht jetzt meine Identität geklaut, oder? Hä? Wie kann ich leid, ne? Und hier ist ein Knopf da. Oh. Wir suchen jetzt einfach mal alle Knöpfe. Der Knopf beim Barber die Leute, die da längst gehen, in Fahrschule. Will jemand mitkommen? Huch. Tschüss. Nee. Nur so nebenbei. Ich hab'n Leck. Fuck. Ich hab'ne Vermutung, dass Jan sich gerade um meine Identität geklaut hat, weil er ganz dicht am ich reinkam ist, ohne was zu sagen. Erstmal. Ähm. Okay. Ja, wir versuchen, das Fluchen ein wenig zu reduzieren, um deine Frage noch zu beantworten. Ah ja, genau. Ja. Also am besten... Nein. Kein Auto-Disconnect, bitte. Ich finde es schon wieder so klasse. Ich hab'n drei oder vier Mann ungenetetet. Hab'n fünf Punkte jetzt. Sponti killt mich und hat neun. Aua. Ja, das war jetzt fast optimal. Jan, willst du ein Autogramm von mir haben oder warum kommst du immer zum Kuscheln? Suchst du eine Frau und nimm Sponti. Hi-oh. Alika ist leider nicht da, oder wie? Halt! Ja, schiebe ich auch nicht. Warum geht das jetzt hier nicht rein? Ich bin gerade leicht verwirrt. Ich hatte gerade ein bisschen Connection-Problem und jetzt bin ich plötzlich im Nether. Ja, ich bin auch im Nether. Und da unten drin. Toll. Da hab ich alles in Nether. Ich versuche mich da krampft vom Pan zu halten. Alle gehen da rein, lassen mich alleine. Ja, immer. Dann geh doch mal hoch und mach mal diese scheiß Gitter weg. Wie denn? Wir sind gar nicht durch das Portal gegangen. Da ist irgendwann noch so ein komischer Command-Block. Da kann man auch durch. Ah, was? Gibt's einen Command-Block? Ich finde nicht, da wäre jemand. Ja, irgendwo so ein Command-Block mit so... ...dingens mit... ...Mit... 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 Ich hab eine. Soll ich euch mal aufmachen hier? Ich hab aber keine Ahnung, wo ich bin. Wenn jemand, der eine tote Leiche finden sollte, haben wir mal Detektiv-Problem. So, ich hab euch aufgemacht. Eine tote Leiche? Eine tote Leiche? Das ist ja gut, wenn sie tot ist. Kann sie wegschädig laufen. Richtig, wir sind ja. Ja, hab ich euch die Tür aufgemacht. Ah, hab's gefunden. Nein. Ei, ei, ei. Ja, wo ist das? Da hat jemand geballert. Oh, oh. Da sind zwei. Da hinten laufen zwei. Sascha? Night. Heila? Hallo. Ey, heila. Haust du mal ab hier. Oh nein, sind alle im Tor drin, ne? Sag nicht, dass ihr mich alleingelassen habt. Ich will's nicht rein. Ich will nicht. Ich bin auch nicht unten. Oh, Gott sei Dank. Sicher, dass das so gut ist? Obwohl, stimmt eigentlich. Jan ist also noch bei mir, ne? Okay. Ja, Detektiv ist gut. Aber Sascha hat mich schon längst umlegen können, vorhin die ganze Zeit. Von daher würde ich mal sagen, dass Sascha safe ist. Das heißt ja nix. Das kann ja auch die Taktik sein, dass er einfach nur lang genug wartet, um Sicherheit zu erzeugen. Das ist ja... Nein. Nein, ist nicht der Fall. Ich glaube, er ist so gut, er wird das machen. Erste Runde TTT, ich bin so gut. Ich habe mir die Mastermind-Pläne ausgedacht. Also keiner ist im Nesse, ja? Keiner ist in der Hölle da unten, ja? Doch, doch. Ich bin jetzt wieder hier oben. Warte, wo ist denn das Portal? Ich möchte hier auch gerne mal wieder raus. Oh, hallo Sponti. Ja, ich bin jetzt gerade noch mal wieder raus. Ich bin jetzt gerade so risky. Ich gehe weg. Lass mich durch. Oh, wer schießt, wer schießt, wer schießt, wer schießt? Jan. Jan. Puha, da ist jemand gestorben. Alles klar. Ich glaube, ich habe den Falschen erschossen, kann ich das sagen. Sponti, du Sau. Ich war gerade am gucken, ob ich den Knopf gefunden habe für das Gitter und auf einmal liege ich da. Ich wollte gerade DNA nehmen und auf einmal liege ich da. Ich habe nur gehört, Atta hat ihn gefunden. Ich wusste, Atta kann DNA scannen und dann dachte ich sofort, oh. Der Chris ist auch untödbar. Aber Jan war es auch Chris, ne? Ja, Chris ist untödbar. Interessant ist, dass Sponti bei mir nur einen Schuss gebraucht hat und bei Atta genau gleich gestanden hat und zwei gebraucht hat. Stimmt, allerdings. Das hatte ich mir auch gewundert. Ich dachte, ich würde ihn einfach mal so, dir nichts da, weißt du? Nee, nichts da. Nichts da ist genau das Richtige. Der hat noch mal gelacht und gehustet, als ich auf ihn geschossen habe. Naja. Was willst du? Richtig. Er hat mir den Bauch geschossen, habe ich umgeregt, habe ihn geguckt, gelächelt und gesagt, tschüss. So den Bud Spencer, wenn er einen in den Bauch geschlagen kriegt, war was? Richtig. Kann es sein, dass ich das Gitter jetzt aufgemacht habe? Nee, also zumindest das eine ist noch zu. Weil da ist nämlich so ein komischer, lustiger Kubus, der bunt ist und so. Aha. Nö. Ach, das ist der, auf den man zugehen muss. Äh, okay. Ich bin unten. Hallo, ich bin jetzt auch da. Oh, lauf. Lauf um dein Leben. Äh, ja, hallo, Skrull. Guten Tag. Ich grüße euch die... Äh, 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 oh Gott, viel zu viele Leute. Ja, alle auf einen Haufen. Ja, viele Leute. Gott. Oh, ups. Oh Gott, aber geh. Ah, ich habe das Portal gefunden. Yay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich bin raus. Hier schon wieder. So, ich mache euch mal das Gitter auf. Da ist jemand gestorben. Der da ist es. Ha, ha, ja. Uh, ich bin gut. Ich glaube, da ist jemand am Falschaden gestorben. Oder Lava oder keine Ahnung. Äh, lass mich bloß in Ruhe, Arter. Ja, ja. Hier ist eine Menge Blut vor dem Gefängnis. Oh. Jan. Sascha. Ja. Ja. Hast du wieder deine Tage gehabt und hast es uns verheimlicht? Ich suche die Weiche. Ich finde sie nur nicht. Also im Gefängnis liegt sie nicht. Oh, das möchte ich mal ausprobieren. Ich habe doch vorhin da die Musicbox gesehen. Oh, eine Platte soll das sein. War die hier drin? War die hier drin? Wo war die? Ich bin natürlich mal böse. Ich wollte einmal gerne sehen, ob der Wecke ich der Musik abspielt. Wow, wow. Was war das? Okay, hier komme ich nicht längs. Das will ich einmal gerne testen, ey. Ich will bei Spontis DJ-Künstler dabei sein. Oh, war die noch mal? Wenn ich gleich tot da liege, ich habe jetzt noch sieben Leben. Irgendwo bei so... Was ist hier drin? Irgendwo bei einem Haus? Ja, kann ich gleich machen. Ich möchte aber gleich auch noch mal... Das war aber mutig von Arthur da längs zu laufen. Oh, ich muss einen anderen Film nehmen, ne? Oh, ich habe keine Credits mehr. Der muss noch zum zweiten DT gehen. Oder kann ich jetzt hinwerfen hier? Du kannst auch Credits, äh... Du kannst auch fernheilen. Aber so ist auch gut. Nein! Nein, ich wollte doch... Wer, wann, wo, was? Oh, denn wer? Okay, warte mal, der wirklich ist das. Wow! Alter, was schießt denn hier alles? Ich glaube, ich sollte mich mal ganz schnell verziehen. Tschüss. Wer legt eine Leiche? Und legen viele Leichen. Und Sponti. Okay, heiler. Jan, Asplatic. Ja, ja. Atta. Sponti. Ich habe ein Problem, würde ich behaupten. Ja, ja. Use Night Heaven. Oh. Ich habe es geahnt, so wie du mich angeguckt hast, Night. Ich habe es geahnt. Ich habe nur noch drauf gewartet, dass du abdrückst. So ein Mist, Mann. Ja, ich habe nur gesehen, da liegt die, ne? Doch, ich wollte aber nicht einfach schießen aus dem Blauen heraus. Ja, ich sehe ganz viele Leute, wie sie sich gerade so gegenseitig fisten. Und ich habe gewartet, wer überlebt. Und den wollte ich abknallen, aber ich wurde leider getötet. Tut mir leid, Alter. Ja, du stirbst einfach nicht. Das ist das Problem. Wie hat Martin eins gesagt, ich brauche Minus-Kammer. Also provozieren, dass er los schießt. Du, Detective. Alles klar. So, wo ist die Schallplatte? Diesmal bin ich aber eh nur. Die Schallplatte kann ich dir zeigen, Sponti. Ja, wo bist du? Ich weiß, wo der Ding ist. Hier, Sponti. Okay, okay. Ich habe mich jetzt einfach nochmal in Spektormode geguckt, wo der Schallplatten-Ding ist. Die ist da oben, auf jeden Fall. Da oben in der Ecke. Warte mal, wie kommt man denn jetzt da hin? Ah, hier. Die Treppe hoch. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe nichts mehr. Oh, Leute. Hallo, Nait. Ach, da. Hallo, Alter. Ich glaube, Nait hat sich gerade mal die Detekt geklaut. Oh. Hallo, Bro. Hier, oben. Böse. Hey, ich gehe mal wieder. Oh, no. Und hier in der Kiste. Da gehst du. Ach, in der Kiste? Du gehst. Okay, ja, du musst einmal die Kiste sagen. Spring runter. So, jetzt muss ich wieder runter. Du, Heila, du darfst auch gerne mal springen. Also, wo war noch mal der Gang? Nein, und gerne. Diskus. Auch wenn da Wasser ist. So, jetzt hier, dann runter. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Da ist das Wasser. Und dann drin ist es zu sein. Boah. Nein, wo ist sie? Wo ist sie? Also, wenn ich gleich tot bin, bin ich gestorben, ne? Aber ich habe hier mal eine gescheite Waffe gesehen, irgendwie. Der Detektiv ist ja auch sicherlich eine gescheite Waffe für mich, oder? Ja. Die Linke, ruhe ich rum. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Der Heila. Sicher? Ja, ziemlich. Hat dich gar nicht gelohnt. Der Heila immer noch. Ja, immer noch. Du stehst auf meiner Abschlussliste, Junge. Was? Ja, eine Kotze. Nach der letzten Runde wäre ich bei der Lama gefallen. Oh, wer ist das? Atta. Ja, da wurde man in der App gekillt. Da ist doch gar nicht C, das. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich auf dieser Seite mehr pinnen gehen soll. Ich finde es nicht, da kann ich jemand empfehlen. Ja, ich finde den Weg nicht mehr. Hier wird geschossen. Oh toll, ich bin mir nicht. Ja, Heila war es wieder. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Und, äh, Scroll ist auch. Nein, mein Magazin ist leer. Alles klar. Wo auch? Wie kommt man nochmal aus? Na komm her. Wer hat denn vorhin den Weg auf den Näsar gefunden? Uni leer. Lebt immer noch einer? Fonty! Ja? Wo hast du dich versteckt? Bin im Näsar gefangen. Ja, okay. Ich komme gleich. Nein, das gibt es doch nicht. Wieso? Warum bleibe ich denn im Näsar? Hab doch erbarmen. Ist das? Ne, den wollen wir nicht. Den wollen wir. Den nehmen wir mit. Ach, er tut sich gleich wieder teleportieren, weißt du, zu mir. Er hackt wieder. So. Und wenn du, wenn du kannst, äh, hol mal den anderen noch wieder. Was? Und ich gehe jetzt Sponty besuchen. Der heiler Bläder legt uns voll. Und was heißt der Rest ist? Ja, hol die hier vom DTD-Credit. Sascha ist tot. Geht alles nur über der Sponty LP. Autsch. Dieser Fallschaden. Ihr vergisst, ihr seid hier in meinem Reich. Äh. Naja, aber auch nur vom Aussehen her. Macht ja nichts. So. Hm. Wo versteckst du dich? Da bist du. Du versteckst mich gar nicht. Doch, doch. Du versteckst dich. Versteck ich gar nicht. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und suche euch. Nein, nein. Du versteckst dich. Nein, sowas würde ich nicht machen. Und ich komme und hole dich. Ich bin der Boogeyman. Ich habe schon unter das Bett geguckt. Ist gar nicht da. Das war ich kurz abgelenkt. Wie habe ich das denn gemacht? Oh mein Gott. Wie habe ich das denn gemacht? Ähm. Uh. Zu langsam. Du musst zweimal durch das Portal gehen. Und hier ist der Schalter. Mal so als frei. Äh. Schleichen und so. Komm schon. Wir sind jetzt schon wieder los. Ne. Alt ist das hier. Oder Steuerung. Alt ist geradeaus. Äh. Aufrecht gehen. Und String ist halt unter Haupt gehen. Nämlich hat es halt gewundert von CS und so. Naja. Ja, ich war es auch gewohnt. Und habe immer dann nur Ducken gemacht. Bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass es eine Alt-Taste gibt. Oh, verdammt. Ja, eigentlich unschuldig. Ich war schon so lange drauf. Ich bin in eine Traitor-Falle gelaufen. Sponty. Ich habe die Schallplatte hier. Hier fährt mich jetzt gerade die Decke zu. Das war nicht so toll. Hallo Sascha Lagen. Hi, heila. Ähm. Verkauf nur so eine Minecraft-Monkey. Sascha schießt. Nein, Spaß. Was? Ja. Ich rauf, Rande. Ist das eine Traitor-Falle, wenn der Boden langsam nach oben fährt? Ja, Chris. Nee, nee, das ist ein Aufzug. Und ich im Gefängnis hänge? Ja, als Z-Tag, dann würden Sie bitte die Waffe mal schnell weglegen. Ich glaube, dass der Boden gleich nicht anhalten wird, wenn ich... Das sind gerade zwei Stück vom Minecraft überfahren worden. Also... Oh. Okay. War ein Cracker dabei. Ist keine Falle. Ich muss kurz konfirmieren. Ich habe zwar keine Waffe, aber ich lebe. Ich lebe mal hier. An dem Fall ist nochmal Alt-E, gell? Oh. Hallo Jan. Also er war auf jeden Fall im Teil. Und Heiler. Alter, den Heiler sind ich viel zu häufig. Wo geht es dir raus? Weißt du das? Nein. Ah, wer amt. Ich verlaufe mich die ganze Zeit hier. Alter, ist es. Äh. Ich höre die Schüsse, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Lo. Also dahint ist er sich explodiert, alles klar. Joi, joi, joi. Da war knabig, du. Ähm, hier geht gerade hart die Party ab. Ach, gut. Warte. 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 Ah, damn it. Sorry. Heiler, bist du es? Heiler? Hm? Und ich fände dein Body, äh... Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn schon, ich habe ihn getötet, muss ich dazu sagen. Dann empfieh ich ihn doch. Er ist mir, er ist mir um die Ecke gekommen. Hab den Namen schön. Ja, super. Sehr schön. Machst du den Traitor noch einfach, ah. Ja, ja, mach ich auf jeden Fall. Ja, ja, da, das sieht mir ein bisschen aus, weil ich auch da, 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 Sponty. Ich bin kein Traitor, ich bin gefangen im eigenen Körper. Du leuchtest bei mir berot. Ja. Dann sollst du auf, in den Augen zu reiben, dann brennt es nicht mehr so. So, jetzt teilen wir uns mal schön wieder auf, um den Traitor... Ist Sascha der Einzige, der tot ist? Nee, kann gar nicht sein. Sind bestimmt mehr tot. Warum hat denn keiner die confirmed? Wer hatte vorhin was mit Alt-E gesagt? Wer schießt da ohne meine Erlaubnis? Hm. Ich weiß es nicht, wer das war. Hilfe, hat er für mich umbringen? Nee, nee, ich bin ein friedlicher Enno. Ja, ja, klar. Das ist hier. Es ist nur der reine Zufall, dass du immer bei den Leichen stehst, wenn die sterben. Äh, die lag ich schon tot. Ich hab aber nichts zu tun. Au. Ich bin alle tot, außer wir beide. Und außer der natürlich, die du wiederbelebt hast. Ja, aber... Okay. Hä? Hä, wo ist der hin? Willst du das verarschen? Was willst du mit dem Heilers Leiche denn? Wo ist der hin? Die Leiche gehört mir, Atta. Du wirst niemals deinen Traitor-Kollegen wiederbeleben. Ja, der ist noch weggespawned. Hammer. Achhi. So. Ich hab mich um deine Leiche gekümmert, Atta. Ich glaub, den kriegst du nicht so schnell wiederbelebt. Zumindest wird er nicht lang genug überleben in der Lava. Hm. Ah! Er ist so klein und niedlich. Ich kann nicht auf ihn schießen. Hehehe. Nein, das gibt's doch nicht. Ich glaub, der hat mich unten verlaufen. Ach du Scheiße. Jan gibt's ja auch noch. Ja. Alter, der hat ja voll vorübersehen. Tete, kannst du dich mal bitte heilen? Ich bin da, wo du nicht bist. Tete, ich brauch mal eine Heilung, bitte. Tete, heilst du mich? Tete, rede mit mir. Jan? Ja? Willst du nicht mit mir reden oder kannst du nicht mit mir reden? Ich kann mit dir reden. Muss ich aber nicht. Geh doch da durch. Außerdem, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, kannst du mich auch nicht finden. Wieso kann ich nicht durchs Nieder durch? Ich will da rein. Ich hab bezahlt. Hm. Hm. Wo könnte sich der Januar aufhalten? Da hat er nicht. Gucken wir mal hier rum. Ne, ich runterspringe, bin ich eh wieder tot. Will ich da runterspringen, bin ich auch tot. Hm. 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 Ja, Jan, du kannst gerne mit mir reden. Also ich meine, du bist ja nicht mit Stumm-TV. Tja, such mich. Ja. Ich hab Zeit. Ja, ich komm dich jetzt nicht da rein, weil er mir das nicht erlaubt. Weil da ist, äh, man's only. Das ist ne kacke. Hier war ich doch eben erst. Deutlich Sponti. Das ist sehr spektakulär, wenn... Ja, sehr spektakulär. Wenn Jan sich, äh, vor seinem Gott und Meister versteckt. Tja, ne. Und ich rede nicht von mir. Er hat Angst davor, die Leichen von Sponti, Bleddick und Co. Der Tag, hier ist nicht lang. War das nicht hier? Jetzt fühle ich mich genauso wie Sascha gerade. In der ersten Runde. War das hier oben nicht mit dem Meter? Ach, sag ich doch. Aber ich komm da nicht rein. Söllen der Rotz. Wieso komm ich da nicht rein? Jetzt, wo ich zumache... Warte, dass wir uns nachladen, sei fair, sei fair, sei fair. So, jetzt geht's hier. Gott sei Dank. So ein Lacker. Ihr seid bestimmt fünfmal aneinander vorbeigerannt. User entered your channel. So, das war eine Runde. Mein Schaft. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. In der Beschreibung von jedem Einzelnen findet ihr die Links. Und, ja. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Tschau, tschau. Tschüss.